Tja, hallo und Namaste, ihr lieben Menschen, die ihr mir jetzt live im Book folgt oder das Ganze heute Abend oder morgen früh in der magischen Bibliothek anschaut oder mich einfach ganz zufällig bei YouTube findet. Es ist schon verrückt mit diesen kommunizierenden, kollektiven Feldern. Ich habe sehr deutlich gemerkt, wie mich mein Schwarm, mein Clan, mein Feld schont, wenn mein System Schonung braucht. An den Tagen, wo es mir wirklich nicht gut ging und es wirklich nur darum ging, meine Batterien zu regenerieren, habe ich kaum Anfragen gekriegt, kaum Kommentare. War es so still, dass ich schon eine leichte narzisstische Krise bekam. An Tagen, wo es mir besser geht und wo ich wieder mehr Energie habe, auch um zu teilen, auch um zu belehren oder zu beraten, waren die Anfragen dementsprechend höher zu allem Möglichen. Nicht nur zu Covid und nicht nur zur Homöopathie, sondern die Leute fragen mich ja auch manchmal ganz alltägliche Dinge. In den letzten Tagen, wo sich mein geschundenes Haupt zu etwas von seinem Lazarettbett erhob, schnellten die Anfragen und schnellten die Fragen total wieder nach oben. Und so habe ich heute bestimmt 30 Mal immer wieder die Frage gekriegt, Andreas, du hast doch schon ganz oft darüber berichtet, wie können wir prophylaktisch mit Covid umgehen, wie können wir unsere Immunsysteme stärken, mit welchen Verfahren können wir verhindern, dass wir krank werden oder wenn wir krank werden, dass die Krankheit relativ harmlos, relativ seicht verläuft, dass wir nicht auf Intensivstationen kommen müssen etc. Ja, und das habe ich zwar alles schon ganz oft gepostet und poste ich auch ruhig nochmal, aber ich denke immer wieder, und das sage ich auch zu allen meinen Lehrern, wenn es in einer Klasse wiederholt einen gibt, der immer wieder das Gleiche fragt, ist es einmal ein Zeichen dafür, dass nie er nur alleine die Frage hat, sondern mindestens noch ein Drittel der Klasse. Und es ist ein Zeichen dafür, dass die Antwort auf diese Frage dem Lehrer selbst noch nicht ganz klar ist, weil fragende Schüler sind eigentlich auch fast immer eine Lehrerdelegation, wo der Lehrer den Schüler delegiert durch seine Frage, ihm die Frage zu spiegeln, die er selbst noch hat. Und vielleicht habe ich ja selbst noch die Frage an Covid-Prophylaxe. Oder auch Covid-Nachsorge, weil ja die akute Covid-Behandlung dürfen wir ja als Heilpraktiker nicht vollziehen, wobei Covid von ärztlicher Seite ja schon tausende Male jetzt inzwischen mit großen Erfolgen behandelt worden ist. Bei dem wunderbaren Prozess United, äh Prozess, ja auch Prozess Kongress United to Heal, berichten ja ganz, ganz viele Ärzte von ihren wirklich tollen Erfahrungen mit Covid. Und ja, also von der Seite her sind wir ja als Heiler, als Heilpraktiker eher für die Vorsorge und die Nachsorge zuständig. Ja, und darum möchte ich, da diese Frage heute, wie schon gesagt, 30 Mal kam, sie einfach nochmal beantworten, für euch und natürlich für mich. Und ich fange mal ganz einfach an. Eine Sache, die eigentlich jeder Mensch tun sollte und die bei der spanischen Grippe am Anfang des letzten Jahrhunderts tausenden Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet hat, das Kampfer-Säckchen. Ein kleines Säckchen, ich nehme da immer so eine chinesische Tasche und mache da so ein Band drum, dass das Säckchen ungefähr hier hängt und da macht man in der Mommsen-Apotheke, gibt es das abgepackt in so kleine Gläschen, ein Klümpchen Kampfer rein und drückt dieses Klümpchen Kampfer klein und ich poste auch gleich nochmal ein extra Video zum Kampfer-Säckchen zu diesem Video dazu und lässt es dann einfach am besten auf dem Pullover von außen hängen und atmet diese antiviralen Düfte des Kampfers einfach regelmäßig ein. Wichtig, alle Leute, die gleichzeitig Homöopathie nehmen, sollten vorher testen lassen, ob ihre Mittel nicht durch das Kampfer-Säckchen irgendwie beeinflusst werden. Meine Erfahrung, ich weiß, das widerspricht der Erfahrung ganz vieler Homöopathen, aber ich verkaufe euch ja immer nur meine Erfahrung. Vielleicht stimmt ja auch bei meiner Homöopathie der Satz, der Geist entscheidet, du wirst, was du denkst. Vielleicht entscheidet ja auch unser Geist und unsere Vorstellung darüber, was bei unseren Patienten und auch bei uns antidotiert und was nicht. Also mein Geist hat scheinbar entschieden, dass bei 95 Prozent aller meiner Patienten das Kampfer-Säckchen nichts mit ihrer chronischen Behandlung macht. Das Kampfer-Säckchen kann man dauernd tragen, das kann man aber auch nur tragen, wenn man im Grunde unter die Menschen geht. Man kann es mal eine Woche tragen und dann trägt man es wieder mal eine Woche nicht. Ich persönlich verlasse mich da so ein bisschen auf mein Herzgefühl. Es gibt manchmal Tage, wo etwas in mir nach dem Säckchen ruft und es gibt manchmal Tage, wo mir der Geruch des Kampfers zu viel ist und dann lasse ich es auch weg. Und ich bin bis jetzt ein Dreivierteljahr damit sehr gut gefahren und ich kann... Tja, aus welchen Gründen auch immer hat mich mein WLAN gerade rausgeschmissen und ich bin jetzt mal vom WLAN auf mobile Daten umgestiegen und ich hoffe, hier geht es besser. Ja, ich war beim Kampfer-Säckchen und wie schon gesagt, da verlasse ich mich einfach auf meine Herzintuition, wenn mein Herz oder meine Nase oder mein Immunsystem nach Kampfer ruft, dann kriegt es das. Sprich, für alle anderen immer testen lassen, ob euer Immunsystem das wirklich will und ob es mit der Homöopathie taco läuft. Ja, und dann, und da kann ich auch wirklich sagen, habe ich 99% aller Leute, die sich einen individuellen Covid-Prophylaxeplan testen lassen, testen meinen Immunkocktail. Den gibt es in der Inselapotheke, den kann man sich natürlich auch selbst herstellen. Und der beinhaltet Spenglersan G, eine Flasche, wo ich 10% vorne auskippen lasse, damit mehr Platz zum Riechen ist, als Riechflasche. Und da kommt ein Kügelchen Oszillococcinum C200 und ein Kügelchen Influenzinum C200 rein. Das kann man bei der Inselapotheke bestellen. Man bestellt einfach diese Flasche und dreht dann einfach den Tropfer raus und kippt 10% ab, schüttelt vorher kräftig zehnmal und riecht prophylaktisch. Zweimal, dreimal kann man ja testen, wie viel das System an Prophylaxe will. Also das ist wirklich was ganz, ganz Schönes. Und ich glaube, wenn das alle unsere Deutschen machen würden, hätten wir heute eine völlig andere Covid-Problematik. Aber leider, und das ist ja eigentlich mein einziger wirklich ganz großer Kummer, den ich habe, mit allen anderen Kümmernissen kann ich ja leben, außer dass meine, ja, meine Blindenmission und mein Target-Verein so viel weniger Spenden kriegen. Das bricht mir auch mein Herz. Aber mit allen anderen Sachen kann ich leben. Ich muss nicht ins Kino hauptsächlich und ich muss auch gar nicht ins Restaurant. Auch wenn es mir wahnsinnig fehlt, das würde ich alles opfern. Wenn ich aber wüsste, dass dieser Staat der Homöopathie und der Naturheilkunde, der chinesischen Medizin und der Pflanzenheilkunde endlich die Möglichkeit gäbe, ihre wunderbaren Kompetenzen, die sie hat, zum Wohle aller Menschen, Brüder und Menschenschwestern einzusetzen. Ja, und dieser Immuncocktail nach Krüger in der Inselapotheke zu beziehen, ich verdiene daran keinen Pfennig auf, wenn ich jetzt hier so Akquise mache. Das wäre ein solcher Segen, ein solcher Segen. Und wenn man dann dazu noch diese wunderbaren Zystus-Lutschtabletten nimmt und ab und zu mal eine lutscht und wenn man merkt, irgendwas geht los, dann sofort die Zystus-Lutschtabletten auf einmal stündlich hochfahren und ein weiteres Mittel, was ich euch ganz doll ans Herz legen möchte, was man zwei, drei Packungen einfach schon zu Hause hat, ist Septilin. Septilin von der Firma Himalaya. Ein Mittel, was ich vor 30 Jahren von den Griechen empfohlen gekriegt habe und was die Griechen immer dann eingesetzt haben zur Homöopathie, wenn man vielleicht hätte Antibiotika eingesetzt. Und Septilin gibt man 3x4, 4x4, natürlich immer am besten austesten, wie viel der Patient braucht. Bei allen Situationen, wo man merkt, Mensch, Vorbeugung hat nicht alleine geholfen, Mensch, ich bin mir auch sicher, nicht sicher hilft alleine mein Mittel und dann gibt man Septilin und man gibt in diesen Infektprozess wie so ein Fundament rein. Und auch hier noch nie erlebt, dass Septilin die Homöopathie stört. Kann man sich übers Internet besorgen oder bei jeder Apotheke bestellen. Septilin von Himalaya, ein Präparat der tibetischen Medizin, hoch abgesichert und in Griechenland benutzen das fast alle Homöopathen. Wo ich während der Krise ganz, ganz schöne Erfahrungen mit ihm gemacht habe, wobei ich eigentlich den ätherischen Ölen schon immer ganz doll zugewandt war. Ich liebe die ätherischen Öle, ich liebe sie. Ich lasse zwar auch hier testen, schadet es der Homöopathie oder es ist kein Problem. Meistens kriege ich mit, ähnlich wie bei Kaffee, es ist kein Problem, aber ich lasse es trotzdem testen, ist zum Beispiel dieses ganz, ganz tolle Mischpräparat Teeth. T-H-I-E-V-E-S. Das kenne ich schon seit 30 Jahren. Und ich weiß, dass es mal entwickelt worden ist von Dieben in England. Die haben sich dieses Präparat, wo der Hauptbestandteil auch Nelke ist, auf ihre Mundschütze, mit denen sie sich verborgen haben, getropft. Wenn sie während Cholera, Typhus oder Pestepidemien eingebrochen sind in irgendwelche Wohnungen und man hat dann einfach die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die sich mit diesem Öl eintropften, viel, viel seltener bei ihren diebischen Aktionen erkrankt sind wie die ohne. Das gibt es von Young Living als Thieves. Das gibt es aber auch ähnlich testen, was passt zum System besser, von Do-Terra als Engarde. Und das kann man einfach unter die Nase halten. Man kann auch ein paar Tropfen in Wasser schlucken. Man kann aber auch das in seinen Diffuser, in seinen Zerstäuber packen und den Raum damit im Grunde durchwirken. Man kann es aber auch einige Tropfen in einen Naseninhalator machen. Das liebe ich sehr. Da mische ich es dann meistens noch mit ein paar Tropfen Eukalyptus und ich stecke es mir einfach bei den ersten Anzeichen. Ich könnte irgendwie was kriegen, was Richtung Schnupfen, Husten, Heiserkeit geht. Nehme ich einfach ein paar Tropfen zum Immuncocktail dazu und rieche ab und zu mit diesem Naseninhalator da dran. Diese Naseninhalatoren findet man im Internet kostenfennig sehr, sehr, sehr schön. Und ich mache mir in einer Praxis, wenn ich Präsenzpraxis habe, wenn Leute da sind, immer einen Diffuser fertig. Auf das Wasser kommen sechs Tropfen Engarde oder Tiefs. Es kommen dann noch sechs Tropfen im Grunde Eukalyptus rein. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist viel Angst in der Atmosphäre, dann mache ich auch immer noch ein paar Tropfen Melisse rein. Ein, zwei, drei Tropfen Melisse und die Angst verschwindet. Es gibt gegen diese Angst und diesen Covid-Stress, sage ich mal, auch noch von Young Living eine sehr schöne Essenz, die heißt Stress Away. Das kann ich euch auch nochmal empfehlen. Stress Away, war das Young Living oder doTERRA? Weiß ich nicht. Stress Away und auch da Naseninhalator in den Diffuser. Ja, und was man auf alle Fälle im Grunde immer zu Hause haben sollte, auch wenn man als Heilpraktiker Covid nicht behandeln darf. Aber die Patienten dürfen ja was zu Hause haben. Es gibt zwei Mittel, die sind sehr, sehr bewährt, gerade in den ersten Phasen der Covid-Infektion. Und das eine ist Brionia. Ja, das passt zur generellen Situation. Abriegeln, sich hinter die Haustür sperren, Klopapier horten. Also ich nenne das immer die deutsche Kleingarten-Mentalität, aber das ist jetzt eher etwas eine Karikatur. Aber wenn Menschen so ein Gefühl haben, draußen die Welt ist feindlich und man will mir was wegnehmen und ich muss mich nur schützen, schützen, schützen. Denn denken wir ganz oft an Brionia, gerade wenn so der Husten beginnt, selbst wenn der Husten trocken ist und wenn der Husten wehtut, ist Brionia ein wunderbares Mittel. Und ich habe von Hunderten von Fällen gehört, ich selbst habe Dutzende von Fällen erlebt, wo nur bei getestetem Covid mit Brionia, nicht von mir behandelt, nur gehört und nur begleitet, die Covid-Erkrankung drei Tage dauert wie ein leichter Husten und danach hatten die Leute kein Problem. Keiner von denen musste auf die Intensivstation. Wenn nicht der Husten so im Vordergrund steht, sondern eher so ein grippiges Gefühl mit Gliederschmerzen und einer großen Bangigkeit, dann immer an Gelsemium denken. Ich empfehle das in C30 oder C200 oder Q1 als Riechflasche zu Hause zu haben und selbst bevor man testen geht, selbst wenn man nicht sofort den Homöopathen erreicht, muss ein Arzt sein, dann kann man auch selbst anfangen, stündlich daran zu riechen und man kann eigentlich nichts falsch machen. Ja, sonst möchte ich noch was sagen zur Nachsorge von Covid. Es gab jetzt auch ein paar Patienten, mit denen ich Kontakt hatte, die mir erzählt haben, sie haben Covid ganz gut überstanden, aber sie haben irgendwie ein bisschen schweres Atmen. Ach, irgendwie, es stimmt noch was nicht ganz mit der Lunge. Manchmal sieht man ja auch diese Covid-Nachfolgen, diese Covid-Schäden im Lungenprofil beim Röntgen. Da kann man natürlich auch viel mit heilen, mit Zeichen machen. Man lässt sich die Röntgenaufnahme schicken, malt da Strichstrich Sinus oder ausgetestete Zeichen drüber, stellt auf dieses Lungenbild mit heilenden Zeichen, bitte ins Netz gehen, heilen mit Zeichen, Laiena Basauls. Ganz tolle Methode, kann ich sehr empfehlen und behandelt dann das Bild mit den entsprechenden Heilzeichen über Wasser und trinkt dann dieses Wasser. Und das homöopathische Mittel, was in den meisten Fällen, die ich behandelt habe, mit ordentlicher Anamnese, inklusive Testung, geholfen hat, ist Tuberkulinum. Tuberkulinum Aver, das Mittel der Vogeltuberkulose, noch eher wie Tuberkulinum Bovinum vom Rind oder Koch vom Menschen. Aber wenn man jetzt nicht so leicht an Aver kommt, wer von euch homöopathisch arbeitet, stellt sich das vielleicht mal hin, für die Covid-Spätfolgen und testet, soll es das sein oder Bovinum oder Koch. Man kann aber, wenn man jetzt nicht speziell auf Covid sich ausrichtet und jetzt nicht morgen Aver kriegt, auch ein anderes Tuberkulinum geben. Ich gebe es meistens als Riechflasche in der Q3. Man kann es aber auch in der LM6, in der LM12 geben, als Riechflasche oder auch nehmen lassen oder als Kügelchen auch in der C200. Hier ist natürlich immer die Testung der edelste, der adligste Weg der Arzneimittelverschreibung. Ja, und dann möchte ich euch einfach nur einen Hinweis geben, gerade für chronische Organleiden, chronische Arthrosen, chronische Wirbelsäulenerkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, chronische, ja, überhaupt Erkrankungen, habe ich gute Erfahrungen gemacht mit den Organpräparaten der Firma Vala. Ich habe euch in einem Posting ein bisschen weiter unten, könnt ihr mal runterscrollen, schon Hinweise für Google geschickt, für Google geschickt, was Organpräparate angeht. Also von der Seite her könnt ihr im Grunde euch das mal in Ruhe angucken, testen, ob der Patient vielleicht Bronchi dazu braucht oder Bronchi mit einem von den Anthroposophen als bewährt erkannten Begleitmittel. Da gibt es ja auch eine Menge Kompositionen. Ich habe sehr gute Erfahrungen bei Wirbelsäulenbeschwerden mit den Diskuspräparaten der Firma Vala, wo auch fast immer ein pflanzlich-homöopathisches Mittel mit dazu gegeben wird. Aber das studiert, da möchte ich euch einfach nur die Erfahrung mitgeben, Organpräparate, gerade bei chronischen Leiden, mit zur Homöopathie. Und dann natürlich, ja, Stehübung machen, Stehübung machen, ist total immunologisch. Am besten Wudang-Shigong bei Mia Kochendörfer Lärm kann ich sowieso nur total empfehlen. Und, ja, am besten mehrmals täglich das Halleluja, weil das Halleluja hat eine ganz starke immunologische Wirkung. Und im Halleluja, in dieser Geste der Menschheitsrepräsentant, erschaffen wir ja uns einen freien Ich-Raum, der, glaube ich, auch nicht von Viren betretbar ist. Aber das bin nur ich. Sonst kann ich euch einfach empfehlen, es gibt eine von mir entwickelte Hand-Reiber-Ata zur Stärkung des Immunsystems. Da liegt die Hand nicht auf dem Bauchnabel, sondern da könnte die Hand eher auf dem Thymus liegen. Also legen da, wo ich sie jetzt hin habe und hier reiben und einfach sagen, mein Thymus zu 100% aktiv und gezündet, YY korrigiere. Mein Immunsystem zu 100% aktiv und jedem Covid-Erreger überlegen, YY korrigiere. Mein gezündetes Immunsystem zu 100% entleugnet, YY korrigiere. Ich habe ein zu 100% aktives Immunsystem und dieses Immunsystem behütet mich vor allen solchen Zügen, ganz besonders auch vor der Seuche Covid. Und wenn ich mich trotzdem damit infizieren sollte, wird es ein ganz milder Verlauf sein, von den Sachen vom Krüger unterstützt und es wird keine große Krankheit geben, geschweige denn eine Intensivstation. YY korrigiere. Ja, damit hättet ihr ein schönes Programm. Sonst guckt euch nochmal den gesamten Testchart an zum Covid-Thema. Da stehen noch viele, viele, viele Dinge mehr drauf. Und wenn jetzt immer noch was unklar ist, einfach unter Kommentar die Frage stellen und dann gehe ich darauf ein. Bis dann. Für euch, für mich und die Erben der Zukunft. Lasst uns die Welle surfen. Aho! Vielen Dank.